Hallo und herzlich willkommen bei unserem GCP-Kanal. Heute sprechen wir über das spannende Thema Product Safety. Und dafür habe ich unseren Experten Christian Inglis-Akel bei mir. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Christian, schön, dass du da bist. Christian gibt auch diverse Schulungen in diesem Bereich, weil er zuständig ist für Safety im Rahmen von Medizinprodukten und Arzneimittelstudien, was eher ungewöhnlich ist. Christian, erzähl doch mal, was sind denn grundsätzlich kurz skizziert die Unterschiede zwischen Medizinproduktstudien und Arzneimittelstudien im Hinblick auf Product Safety? Die Unterschiede sind regulatorischer Natur. Neben einiger kleineren Unterschiede bei den Definitionen sind die gravierendsten Unterschiede bei den Meldepflichten und den Meldefristen an die Behörden, was dazu führt, dass Serious Adverse Events innerhalb von Medizinproduktstudien viel häufiger gemeldet werden müssen als zum Beispiel im Vergleich bei Arzneimittelstudien. Ja, vielen Dank, Christian. Ich finde ja gerade in diesem Medizinprodukte-Bereich sehr interessant, weil sich da in den nächsten Jahren sehr viel ändern wird. Und durch die neue Medical Device Regulations werden die Auflagen ja auch strenger werden. Deshalb lass uns mal über Medical Device Safety in einem anderen Film sprechen und uns heute auf Pharmacovigilance konzentrieren, also Arzneimittelsicherheit im Rahmen von klinischen Studien. Jetzt gibt es verschiedene Ansichten über Pharmacovigilance. Die einen sagen, das ist ein sehr regulatorisches Thema. Die anderen sagen, heutzutage ist es eher technisch geprägt. Und die dritten sagen, es ist eigentlich ein ganz klar medizinisches Thema. Du hast jetzt tagtäglich damit zu tun. Wie ist es deiner Ansicht nach? Wo ist der größte Fokus? Mit Hinblick auf die Tatsache, dass der Patient am Zentrum ist und wir internationale Studien durchführen, können wir natürlich nicht im Pharmacovigilanzalltag medizinische Bewertungen vornehmen. Das muss der Prüfarzt am Zentrum machen, der den Patienten sieht. Der kann den Patienten beurteilen und auch medizinische Entscheidungen treffen. Im Pharmacovigilanzalltag können wir dann diese Daten, die innerhalb der klinischen Datenbank aufgenommen werden und in die Safety-Datenbank übertragen werden, natürlich auf Diskrepanzen überprüfen, auf Vollständigkeit prüfen. Daher die technische Ausprägung. Hier hilft uns die Technik auch, die Prozesse zu verbessern und auf Vollständigkeit zum Beispiel zu achten. Und am Ende des Tages auch regulatorische Anforderungen, wie die gerade schon angesprochenen, Meldefristen einzuhalten. Okay, also auch dein Bereich ist eher technisch geprägt. Jetzt weiß ich aber von früher, dass in unheimlich vielen Studien auch ein 24-7-Service notwendig war, wo die Ärzte dann angerufen haben und gefragt haben, wie sollen sie was bewerten. Ist das heute noch notwendig? Macht das Ganze noch Sinn? In manchen Fällen macht es sicherlich bedingt Sinn. In Phase-1-Studien zum Beispiel, wo es eine sehr hohe Sicherheitsgefährdung für den Patienten gibt, kann es durchaus sinnvoll sein, da eine direkte Schnittstelle für eine engmaschige Kommunikation über eine 24-Stunden-7-Tage-Hotline herzustellen. Prinzipiell möchte ich aber auf die Antwort meiner vorherigen Frage zurückkommen. Die Bewertung der Sicherheit des Patienten kann nur der Prüfarzt am Prüfzentrum vornehmen, indem er den Patienten sieht. Das können wir hier an dieser Stelle nicht gewährleisten. Wir müssen gewährleisten, dass sicherheitsrelevante Ereignisse innerhalb der behördlichen Meldefristen vollständig an die Behörden weitergeleitet werden. Dafür brauchen wir aber keinen 24-Stunden-7-Tage-Service. Gibt es denn dazu irgendwelche Zahlen oder Statistiken, wie häufig ein 24-7-Service überhaupt genutzt wird von dem Arzt? Absolute Zahlen oder Statistiken liegen mir da nicht vor, aber nach unserer Erfahrung wird dieser Service auch sehr selten in Anspruch genommen. Und wenn dann solche Anrufe kommen, dann sind es in der Regel keine Anrufe, die speziell für die Pharmakovigilanz ist. Da geht es dann häufig darum, der Patient passt fast in die Studie. Es gibt nur ein winzig kleines Ausschlusskriterium, was zutrifft. Das können wir natürlich nicht beantworten, beziehungsweise ist es keine Frage für diese Hotline. Oder das Prüfprodukt wurde nicht kühl genug gelagert. Ob es noch verwendet werden darf, das wäre eher eine Frage an die Quality. Es ist häufig sicherheitsassoziiert und deswegen wird diese 24 Stunden-7-Tage-Safety-Hotline angerufen, aber die Fragen sind dort eigentlich in aller Regel deplatziert. Interessant. Die Beispiele, die du gebracht hast, die hören sich für mich eher an wie Themen für die Qualitätssicherung, beziehungsweise auch wie der Beginn eines Audit-Findings. Da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Als ich meine letzten Pharmakovigilanz-Audits gemacht habe, das ist noch nicht jahrelang her, da bin ich auf unheimlich viele Faxgeräte gestoßen. Und die Faxgeräte wurden auch in den SOPs beschrieben. Und es las sich schon so, als wenn das wirklich noch State of the Art ist. Kennt man eigentlich aus anderen Branchen nicht so. Ist es in der Pharmakovigilanz wirklich noch so, dass Faxen State of the Art ist? Es gibt erstaunlicherweise noch viele Unternehmen, die Faxe für Safety-Meldungen benutzen, möglicherweise aus historischen Gründen. Mein Eindruck ist aber, dass das in der Pharmaindustrie überdurchschnittlich verwendet wird, weil wer benutzt sonst noch Faxe? Meiner Auffassung nach entspricht das auch nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Also ich würde es nicht als State of the Art ansehen, da wir ja die sicherheitsrelevanten Daten in eine elektronische Datenbank aufnehmen und am Ende auch behördlich elektronisch melden müssen. Von daher macht es auch Sinn, gleich diese Serious Adverse Events in eine elektronische klinische Datenbank aufzunehmen, um diese dann zu nutzen, um die SAEs elektronisch an die verantwortliche Pharmakovigilanzabteilung zu melden. Okay. Und wie macht man das jetzt in der Praxis? Also welches Tool benutzt man, um SAEs zu melden? Und bedeutet das ein zusätzlicher Aufwand für den Prüfarzt? Ein zusätzlicher Arbeitsaufwand ist das meiner Meinung nach nicht. Ich würde sogar sagen, es ist eine Arbeitserleichterung für den Prüfarzt. Denn innerhalb einer Arzneimittelstudie müssen sämtliche Adverse Events, also unerwünschte Ereignisse, sowieso in der klinischen Datenbank erfasst werden. Und die kann entsprechend so aufgesetzt werden, dass nur mit wenigen Klicks man darüber auch schwerliegende unerwünschte Ereignisse aufnehmen und gleich melden kann. Und der Arbeitsaufwand wird dadurch erleichtert, dass der Prüfarzt nicht mehr diese Seite ausdrucken, unterschreiben und via Fax an die Pharmakovigilanzabteilung melden muss, sondern das ganz bequem über die Aufnahme in der elektronischen Datenbank machen kann. Wenn du sagst, zusätzliche Klicks, bedeutet das, es würde direkt über den ICF laufen? Korrekt, ja. Okay, das hört sich sinnvoll an. Also der Prüfarzt meldet die Series Adverse Events per Fax oder wie du es bevorzugst, per ICF an euch. Und was macht ihr denn mit diesen Informationen? Unabhängig davon, ob die Meldungen via Fax oder als elektronische Meldung reinkommen, prüfe ich erstmal diese Meldung auf Vollständigkeit. Und das ist natürlich viel leichter, wenn wir elektronische Meldungen erhalten. Denn bei Faxen haben wir oft das Problem, dass die Prüferzte nicht unbedingt leserlich schreiben und wir dann Nachfragen haben, was natürlich den ganzen Meldeprozess verzögert. Wenn dann die Meldungen vollständig und leserlich vorliegen, werden diese in unsere Safety-Datenbank überführt und auch hier wieder ein Vorteil von elektronischen Meldungen, da diese direkt importiert werden können, ohne dass man diese vom Fax abtippen muss und dann möglicherweise wieder Fehler produziert. Dann in die Datenbank aufgenommen, werden die Fälle weiter bearbeitet und am Ende einen Sponsor geleitet, der dann eine medizinische Bewertung des Falles vornimmt beziehungsweise unserem Vorschlag über die medizinische Bewertung des Falles folgt oder diese ablehnt und entsprechend wird der Fall dann weiterverarbeitet. Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass SAE ist bei euch angekommen, alles clean, Daten sind sauber. Was passiert dann? Wie leitest du es weiter an die Behörden? Wenn die Fälle dann vollständig aufgenommen, bewertet und abgearbeitet sind und von allen verantwortlichen Seiten vor allen Dingen so abgesegnet worden sind, dann erfolgt die behördliche Meldung direkt aus der Safety-Datenbank hinaus. Und an welchen Behörden meldet ihr nun SAEs? Wir melden meldepflichtige Ereignisse direkt aus der Datenbank heraus an die involvierten Länderbehörden beziehungsweise je nachdem zum Beispiel an die FDA oder die EMA. Und welche Art von SAEs sind meldepflichtig? Also prinzipiell erfassen wir ja alle SAEs innerhalb unserer Safety-Datenbank. Melden tun wir aber nur die SUSAs, also die unerwarteten Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen, da alle anderen SAEs in der Regel schon bekannt sind. Langsam lässt sich dann auch nachvollziehen, warum du meinst, dass das Ganze eher regulatorisch und technisch geprägt ist. Kannst du noch etwas zur Technik sagen? Also schickt man die SUSAs denn per E-Mail an die Behörden? Und wie sehen die Datenbanken aus? Nimmt man eine Access-Datenbank? Was gibt es da für Anforderungen? Das Melden und Erfassen von SAEs ist mittlerweile sehr komplex geworden und auch streng reguliert, womit auch gewisse Anforderungen einhergehen. Deswegen kann man nicht einfach eine x-beliebige Datenbank nehmen, um dort SAEs zu speichern oder dann zu melden. Nein, die Datenbank, von der ich spreche, beziehungsweise die Datenbanken, es gibt verschiedene Anbieter dafür, die müssen gewisse regulatorische Anforderungen erfüllen. Dazu zählt zum Beispiel, dass diese Datenbanken validiert sein müssen und dass sie Meldungen in einem bestimmten Format rausschicken können müssen, damit eben diese Meldungen im Zuge der Harmonisierung auch international ausgewertet werden können. Okay, denn es ist also ähnlich wie bei eCFs, wo man einen Audit-Trap benötigt, einen begrenzten Zugang, eine elektronische Signatur und dann später auch ein bestimmtes Datenformat, damit die Daten überhaupt von den Behörden gelesen werden können. Ja, das ist korrekt. Innerhalb der Datenbank setzt man studienspezifische Instanzen auf, dass die Daten verschiedener Studien nicht vermengt werden können und in diesen Instanzen gehen auch keine Daten verloren. Das heißt, es ist zu jedem Zeitpunkt für einen Inspektor beispielsweise einwandfrei nachvollziehbar, wer was eingegeben oder gelöscht hat, sprich die Daten manipuliert hat. Okay, interessant. Christian, du machst das ja jetzt insbesondere im Auftrag von unterschiedlichsten Sponsoren. Was für Arten von Fair-Emsourcen diesen wichtigen Teil der Arzneimittelentwicklung überhaupt an andere aus? Im Rahmen von klinischen Studien sind es häufig kleine und mittelständische Unternehmen, die die Pharmakovigilanz outsourcen, da hier häufig nicht die entsprechenden Ressourcen vorhanden sind, wie zum Beispiel die Safety-Datenbank oder das entsprechend geschulte Personal. Im Post-Marketing-Bereich sind es aber auch große Unternehmen, die die Pharmakovigilanz outsourcen, da hier aufgrund der Patientenanzahl, die natürlich mit dem Produkt in Kontakt kommen, deutlich höher ist und entsprechend auch deutlich mehr Nebenwirkungsfälle eingehen als im Rahmen von klinischen Prüfungen. Okay, kommen wir zum Abschluss. Was würdest du Sponsoren empfehlen, die sich dazu entschieden haben, den Bereich Pharmakovigilanz outsourcen? Pharmakovigilanz bzw. Patientensicherheit ist natürlich ein sehr wichtiges und ein sehr sensibles Thema für jeden Sponsor. Daher würde ich jedem Sponsor raten, wenn er die Entscheidung gefällt hat, diesen Bereich outsourcen, während die medizinische Kernkompetenz bei ihm verbleibt, da sich die Sponsoren natürlich am besten mit dem Produkt auskennen, auf gewisse Kriterien zu achten, die der Vendor erfüllen sollte. Das sind zum einen, dass der Vendor natürlich das benötigte Know-how mitbringen sollte. Wir haben gerade viel über regulatorische und technische Anforderungen gesprochen und diese sollte der Vendor natürlich mitbringen. Darüber kann sich jeder Sponsor im Rahmen eines Audits selber überzeugen. Als nächstes sollte man möglichst einen Vendor wählen, wo man sich gut aufgehoben fühlt, dem man vertraut, wo man sich gut beraten fühlt. Und das sind eben häufig Unternehmen mit ähnlicher Unternehmenskultur. Und als dritten und letzten Punkt, den ich empfehlen würde, ist zu gucken, wo lassen sich Synergien gut nutzen. Das heißt, welcher Vendor bietet möglicherweise auch den Bereich des Datenmanagements an, sodass man eben den Abgleich der Safety-Datenbank mit der klinischen Datenbank gut gewährleisten kann, um so auch sicherheitsrelevante Meldungen reibungslos durchführen zu können. Vielen Dank, Christian. Es war wirklich sehr informativ. Ich bin schon gespannt, wie die Zukunft auch die Pharmacovigilanz noch verändern wird. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders auf unser nächstes Thema, Medizinproduktsicherheit. Freut mich zu hören. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Einladung zum nächsten Interview. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, meldet euch einfach über unseren Kanal. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was zu wünschen Rasen, wenn ihr Bierd растht, möchtet euch überall sein, aber你想 auch den Zusammlerstränen? Untertitelung des ZDF, 2020